Manuel Aschana Y. Diaz war vom Mai 1936 bis zum April 1939 der zweite und letzte Präsident der Zweiten Spanischen Republik. Zuvor bekleidete er von April bis Juni 1931 in der provisorischen Regierung nach Ausrufung der Republik das Amt des Kriegsministers. Von Juni 1931 bis zum September 1933 sowie von Februar bis Mai 1936 stand er der Regierung als Premierminister vor. Leben der einer reichen Familie entstammende Aschana wurde bereits früh zur Weise. Im Zuge seiner streng augustinischen Erziehung im Kolleg im Skuriel verlor er späteren Bekundungen nach seinen christlichen Glauben. Er wandte sich der Jurisprudenz zu, schloss 1897 sein Studium an der Universität Zaragoza ab, wurde Rechtsanwalt und promovierte im Jahr 1900 an der Universität Complutense Madrid. Als Beamter erreichte er 1909 einen höheren Posten im Zentralstandesamt, der alleinstehende Aschana galt als bürgerlicher Intellektueller. Er schrieb in seiner Freizeit, übersetzte Stendal und Bertrand Drassel und publizierte in Zeitungen wie El Impatial und El Sol. Hierzu mag ihn, wie der Historiker Hugh Thomas ausführt, aufgrund seines unvorteilhaften Äußeren auch Schüchternheit gebracht haben, die ihn zu unablässiger Selbstbespiegelung führte, aber auch geistige Reserven schuf, die ihn schließlich an die Staatsspitze brachten. In einem anderen Land wäre Aschana vermutlich Schriftsteller geworden. In Spanien, einem der politisch instabilsten Länder Europas, trieb es ihn zur Politik. Nach zweimaliger erfolgloser Kandidatur für den Posten des Stadthalters der Provinz Toledo gründete er 1926 zusammen mit Jose Gial die Partei, Aktion Republicana, die von Diktator Miguel Primo de Rivera verboten wurde. Später nahm er am Pakt von San Sebastian teil, der im April 1931 nach der Abdankung Alfons XIII zur Keimzelle der späteren Zweiten Republik werden sollte. In der provisorischen Regierung wurde Aschana zum Kriegsminister ernannt. Im Oktober 1931 nahm er den Platz des Premierministers ein, wo er die Reformen seiner Mitte-Links-Koalition umsetzte. Dazu gehörten die Armeereform, die zum einen die aufgeblähte Armee verkleinerte und den Offizieren den Treue Eid auf die Republik abverlangte, eine Bodenreform, die die Situation überschuldeter Kleinstpächter in Andalusien verbessern sollte, eine Schulreform, die die Ordensschulen zugunsten staatlicher Schulen abschaffte und das Verbot aller geistlicher Orden, die ihren Mitgliedern mehr als zwei Gelübde abverlangten. Dies lief auf das Verbot der Gesellschaft Jesu hinaus den einzigen Orden, auf den das zutraf. Die Reformen brachten Aschana in Konflikt mit traditionell einflussreichen Kreisen in Spanien, vor allem der katholischen Kirche und der spanischen Armee, die denn auch gegen ihn und die Zweite Republik konspirierten. Aschana tat indessen wenig um die Gemüter zu beruhigen, vielmehr polarisierte er die Stimmung durch unüberlegte Äußerungen weiter, wie derjenigen, dass Spanien aufgehört habe, katholisch zu sein oder dass die Abschaffung der Ordensschulen ein Akt der politischen Hygiene sei. In dieselbe Richtung geht seine Weigerung, während der Kirchenbrände 1931 die Guardia Civil gegen die Brandstifter einzusetzen. Nach dem Wahlsieg der Rechtskoalition des Partido Republicano Radical unter Alejandro Leroux und der Confederation Española de Derechos Autonomas Unter Jose Maria G. Robert Y. Quinn once wurde er 1933 als Ministerpräsident ersetzt, woraufhin er sich zeitweilig aus der Politik zurückzog, nicht ohne vorher den Staatspräsidenten aufgefordert zu haben, die Wahlen für ungültig zu erklären. 1934 indessen gründete er die Izquierda Republicana, welche aus der Fusion seiner Aktion Republicana mit der radikal-sozialistischen Partei Marcelino Domingos sowie der Organisation Republicana Gallega, Autonoma unter Santiago Casares Quiruga entstand. Als sich im selben Jahr die Bergarbeiter Astureens erhoben, wurde er beschuldigt, diesen Aufstand mit angezettelt zu haben, und vorübergehend auf einem Zerstörer im Hafen von Barcelona festgesetzt. Als Ende 1935 Neuwahlen ausgerufen wurden, beteiligte sich die E. an der Frente Popiela einem breiten Linksbündnis. Nachdem dieses die Wahlen am 16. Februar 1936 gewonnen hatte, wurde Aschana mit der Regierungsbildung beauftragt. Die Regierung wurde schließlich aus den Reihen der beiden republikanischen Volksfrontparteien I. R. und U. gebildet und konnte sich auf die Tolerierung durch die übrigen Volksfrontparteien stützen. Am 10. Mai 1936 wurde Aschana stattdessen zum Präsidenten der Republik gewählt. Ein Amt, welches er während des gesamten, kurz darauf ausgebrochen, spanischen Bürgerkriegs hielt. Nach dem Fall Kataloniens im Februar 1939 floh Aschana nach Frankreich und trat später auch offiziell von seinem Amt als Präsident zurück. Aschana starb am 3. November 1940 im Exil zu Montaubern.